LibreOffice 5.2 enthält einige neue Funktionen in Impress, die Ihnen helfen, bessere Präsentationen zu erstellen und bearbeiten. Wenn Sie mit benutzten definierten Animationen arbeiten, können Sie jetzt eine Animation per Seitenleiste hinzufügen, ohne einen Dialog zu benutzen. Die Liste von Animationen in der Seitenleiste enthält jetzt eine Beschreibung der Animation, zusammen mit dem Namen des Elements. In der Eigenschaften Seitenleiste ermöglicht Ihnen ein neuer Bereich Folie, Format, Ausrichtung und Hintergrund schnell zu ändern. Schließlich wurde ein neues Symbol in der Symbolleiste Standard hinzugefügt, um die Zeichenfunktionen schnell anzuzeigen oder auszublenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017